die doppel 14 blieb der die ist gar nicht so weit weg das sind so die momente als spieler wo du denkst heute wohl nicht ja meint es nicht gut mit dir da ist das 50 für james wade was war das passiert er probiert noch einen auf die doppel zwölf einfach um zu sehen ob es geht und hat sich geklappt also jetzt also also okay den ersten da verstehe ich aber das ist jetzt ein bisschen zu viel für meinen geschmack gewesen aber okay er steht an bord er entscheidet aber er hat ein doppel getroffen das kann zumindest schon mal sagen kurioses 10 81 so und wieder oben mit dem versuch die doppel und wieder oben mit dem versuch die doppel